Du weißt wirklich nicht, wann das Foto gemacht worden ist, oder? Wieso? Auf deiner Konfirmation. Aber auch genau zwei Wochen, bevor ihr abgehauen seid. Du machst immer alles kaputt. Ihr habt ihn umgebracht. Ihr seid schuld, dass er angefangen hat zu trinken. Wie? Ihr seid nach Norwegen abgehauen. Einfach so abgehauen. Da kann ich doch nichts dafür. Du bist genau wie sie! Fast! Die haben dich nicht entlassen, weil du geheilt bist. Das ist nur, weil sie dich aufgegeben haben. Jeder weiß, dass Papa dich fickt. Aber was keiner weiß, ist, ich sehe, es dir gefällt. Es gefällt dir, ha? Es gefällt dir richtig. Es gefällt dir. 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 We'll fill you up and never let you down. Make it a Bud Light.